Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Wie ist die Lage? Wird diese Woche präsentiert von Asklepios. Wussten Sie, dass unser Herz täglich rund 7000 Liter Blut durch den Körper pumpt? Doch was passiert, wenn es diese Aufgabe nicht mehr richtig bewältigen kann? In Deutschland leiden etwa 4 Millionen Menschen an einer Herzschwäche, einer der häufigsten Todesursachen und jedes Jahr der Grund für Millionen von Krankenhausaufenthalten, auch in unseren sieben Hamburger Asklepios-Kliniken. Im Rahmen der Herzwochen 2024, die vom 1. bis 30. November stattfinden, klären die Asklepios-HerzexpertInnen in verschiedenen Informationsveranstaltungen über Herzschwäche auf. Melden Sie sich noch heute für die Veranstaltung während der Herzwochen an und erfahren Sie, wie Sie Ihre Herzgesundheit aktiv fördern können. Alle Informationen zur Anmeldung und zu den Herzwochen der Asklepios-Kliniken Hamburg finden Sie unter asklepios.com slash Herzwochen. Heute spreche ich mit der Filmproduzentin Verena Gräfe-Höft. Ahoi, Verena. Ahoi, Lars. Liebe Verena, nur noch dreimal schlafen quasi und wir können alle Spirit in the Blood im Kino sehen. Das ist ein neuer Kinofilm, den du produziert und verantwortet hast. Und der lief ja schon beim Filmfest in Hamburg. Ich habe ihn selber nicht gesehen, aber ich habe sehr viele Reaktionen darauf bekommen. Alle waren total begeistert. Nur als ich mir dann den Inhalt durchgelesen habe, habe ich gedacht, was ist denn bei Verena alle schiefgelaufen in der Jugend? Denn ich habe ja den ersten Film, den ich von dir gesehen habe, Tore tanzt. Da hat dann ein kleiner Junge unter anderem verfaultes Geflügelfleisch gegessen und andere schlimme Dinge getan. Also hattest du eine gute Kindheit, Verena? Ja, ich hatte eine ganz tolle Kindheit. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich mich durchaus auch den dunklen Seiten des Lebens manchmal zuwenden kann. Wobei ich sagen muss, ich finde, ganz ehrlich, können wir im Kino und bei fiktionalen Geschichten, glaube ich, das Dunkle, was es in der Welt teilweise gibt, ja sowieso gar nicht abbilden. Weil die Realitäten ja oft viel gruseliger sind als das, was wir im Kino je zu sehen bekommen. Und ich muss sagen, bei Spirit in the Blood, das ist eigentlich ein Coming-of-Age-Thriller, der unheimlich viele, auch positive Gefühle bei den Leuten hervorgerufen hat. Bei den Screenings, die wir jetzt beim Hamburg Filmfest und auch in Sieges hatten, weil der sehr viel mit Female Empowerment zu tun hat. Und eigentlich haben viele Leute mir auch gesagt, das erinnert sich so ein bisschen an den Film. Ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnerst, Stand by Me. Oh ja, na klar. Von 80er Jahre, Kultfilm. Und viele sagen, ach, der hat ein bisschen was davon. Es sind halt Mädels diesmal und keine Jungs. Aber diese Atmosphäre haben viele damit verglichen, was natürlich eine Riesenehre ist, weil ich habe den Film damals sehr geliebt. Erzähl mal in drei bis fünf Sätzen den Inhalt. Also den weiß ich, den weißt du, aber den wissen unsere Hörerinnen jetzt noch nicht. Also Spirit in the Blood ist ein, wie ich gesagt habe, Coming-of-Age-Thriller, der ein junges Mädchen im Mittelpunkt hat, die mit ihrer Familie in ein sehr abgelegenes Dörfchen in den Wäldern, sie zieht zurück mit ihrer Familie in dieses Dorf, ist dann erstmal Außenseiterin und erlebt aber relativ am Anfang eine sehr unheimliche Situation. Sie streitet sich mit ihrem Vater und er wirft sie kurzerhand aus dem Auto, ist total sauer. Sie ist halt Teenagerin, die haben nicht gerade das beste Vater-Tochter-Verhältnis. Und während sie versucht, ihren Weg irgendwie nach Hause zu finden, trifft sie in den Wäldern dort auf das, was sie empfindet, ein Monster ist und läuft weg. Und dann stellt sich halt im Nachhinein heraus, dass immer mehr Mädchen in dieser Community auf sie und ihre dann mittlerweile beste Freundin zukommen und sagen, weißt du was, wir haben das Monster auch gesehen. Und dann bildet sich im Prinzip so eine Gruppe von Mädels, die sagen, Mensch, hier uns glaubt keiner. Alle sagen, das ist nur ein Berglöwe. Wir sind aber ziemlich sicher, dass da was anderes dahinter steckt. Wir wollen uns aber nicht so ausgeliefert fühlen. Wir tun uns zusammen als Gruppe, kämpfen, machen uns stark und werden uns dem Monster stellen, wenn es versucht, uns zu jagen. Und das ist eigentlich die Geschichte, um die es geht. Es ist für mich, ehrlich gesagt, auch in ganz großer Hinsicht eigentlich ein Freundschaftsfilm, der eigentlich die Werte von Freundschaft und Zusammenhalt porträtiert. Wann hast du das erste Mal die Idee oder das Drehbuch gelesen? Oha, ich glaube, Carly ist das erste Mal tatsächlich schon 2017 auf mich zugekommen mit der Idee und dem Drehbuch, was hier in Hamburg bei der Moin gefordert wurde. Ich kannte Carly, weil sie an der HfBK hier in Hamburg Film studiert hat. Ich habe an der HfBK unterrichtet und so sind wir uns im Prinzip das erste Mal begegnet. Sie kannte auch meine Filme, die ich bis dato gemacht habe und meinte, Mensch Verena, ich habe ein Projekt, das würde ich gerne machen und hat mir das vorgeschlagen und hat auch einen, wie ich finde, sehr, sehr persönlichen Ansatz gehabt. Sie ist ja Kanadierin, lebt aber schon seit über zehn Jahren in Hamburg, hat hier auch studiert bei Wim Wenders und hat mir erzählt, dass sie als junges Kind in der Grundschule eine sehr merkwürdige Begegnung hatte, nämlich sie hat gespielt da auf dem Spielplatz bei der Grundschule und da ist ein Auto vorbeigefahren mit einem Mann und der hat sie an den Zaun gerufen, weil sie so ein schönes Kleid an dem Tag anhatte und wollte ihr Komplimente zu dem Kleid machen und in dem Moment, als sie zu dem Zaun lief, hat er versucht, sie über den Zaun zu ziehen und das sahen aber Lehrer und sind eingegriffen, also es ist nichts weiter passiert, aber sie sagt, dass sie sich, wie es in ihrer Erinnerung ist, wenn sie mit ihren Eltern oder auch anderen Lehrern und Erwachsenen gesprochen hat, die haben das alle runtergespielt und haben alle gesagt, Mensch, und der wollte nur mal dein schönes Kleid angucken und das ist nicht so schlimm und es ist ja nichts passiert und hin und her und dieses Gefühl von, ich habe doch was erlebt und irgendwie glaubt mir das niemand so richtig, das war so ein Grundgefühl, was sie im Prinzip mit sich genommen hat und auf dem nicht unbedingt dieser Film basiert, aber der schon auch mit diesen Gefühlen spielt. Du erlebst etwas und eigentlich sagen Leute die ganze Zeit, ach komm, das bildest du dir doch ein und das ist doch alles gar nicht so schlimm und es gibt doch gar keine Monster, zum Beispiel wie bei Spirit in the Blood und es ist doch nur ein Berglöwe und, und, und. Also es ist eine Reise von sieben Jahren, darauf wollte ich hinaus. Wie ist denn jetzt so das Gefühl, wenn du jetzt quasi der breiten Öffentlichkeit den Film vorstellst? Also ist es irgendwie auch unbehagen, dass sieben Jahre irgendwie umsonst waren oder ist das Glas halb voll und du sagst so, ich finde den Film gut, da gehe ich mal von aus und wer ihn nicht gut findet, dann selber schuld. Nein, es ist für mich ein ganz tolles Gefühl, weil man darf ja auch nicht vergessen, ich weiß, wir möchten es am liebsten vergessen, aber da liegen ja auch zweieinhalb Jahre Corona dazwischen. Wir mussten den Film zweimal verschieben, weil wir gar nicht in Kanada drehen konnten und mussten, zweimal waren die Grenzen zugegangen, dann konnten wir ihn quasi erst im Frühsommer 2022 drehen und deswegen bin ich unglaublich glücklich, dass ich den Film jetzt einem großen Publikum hier in Deutschland, aber auch in Nordamerika vorstellen kann und jetzt laufen quasi so die ersten Kinopremieren an, natürlich erstmal in den beiden Co-Produktionsländern, Deutschland und Kanada und dann eben auch peu à peu in den anderen Ländern. Ich freue mich riesig darauf und ich habe auch ein sehr gutes Gefühl, weil wir bei der Premiere in Hamburg tatsächlich das auch geschafft haben, viele Teenager und junge Mädels und Jungs einzuladen, sich diesen Film zu gucken und auf eine sehr, sehr positive Resonanz getroffen sind und da bin ich jetzt einfach gespannt. Also findet das junge Publikum ins Kino, das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Sprechen wir mal weiter über junge Leute. Du bist ja auch Lehrbeauftragter in der Hamburg Media School und ich sage mal so, jeder 14-Jährige kann mittlerweile Filme schneiden, also Reels und eine Kamera bedienen, also sein Handy. Die werden also viel praktischer und natürlicher mit dem Medium Film irgendwie konfrontiert. Wächst da eine große Generation an Filmschaffenden heran oder ist es eher so, dass die Tatsache, dass auch viel weniger Leute ins Kino gehen, eher der Nachwuchs ausbleiben wird? Ich glaube, dass Bewegtbilder immer wichtiger werden, also auch für die junge Generation natürlich. Leider vermisse ich manchmal an Grundschulen oder überhaupt auch weiterführenden Schulen eine kluge Auseinandersetzung mit dem Medium Film. Weil klar, wie du sagst, kann zwar jeder sein Handy in die Hand nehmen und einen Kurzfilm drehen, aber es gehört doch irgendwie ein bisschen mehr dazu, das Ganze auch ein bisschen reflektierter zu tun und jenseits von ich bin Influencer und drehe jetzt hier mal einen kleinen Clip und da mal einen kleinen Clip. Also ich glaube, dass da ein bisschen mehr dazu gehört und ich kann mir vorstellen, wenn man das Ganze auch in der Bildungspolitik nochmal ganz anders aufgreifen würde, das Thema Film und bewegte Bilder, dass wir dann vielleicht eher eine Situation haben wie in Frankreich, wo die Leute und auch die Jugendlichen natürlich nochmal ganz anders ins Kino stürmen und auch die Kinozahlen andere sind als bei uns in Deutschland. Ja, so jetzt kommen wir zu Nice oder Scheiß. Du darfst sagen, ob du loben möchtest oder ob du irgendjemanden runterziehen möchtest. Wofür hast du dich entschieden? Oh, das hast du jetzt aber, jetzt bin ich in der Zwickmühle. Nee, komm, mach mal Scheiß. Also loben kann ich, mach mal Scheiß, okay, weil loben kann ich natürlich immer Malika zum Beispiel vom Filmfest. Aber wenn ich Scheiß machen müsste, dann würde ich sagen, was ich in Hamburg nach wie vor problematisch finde, ist das ganze Thema öffentlicher Nahverkehr und überhaupt Verkehr, angefangen von den Fahrradwegen bis zum Flughafen. Da ich natürlich viel mit internationalen Gästen und Produzenten und Schauspielern zu tun habe, ist das für mich natürlich die Situation am Hamburger Flughafen eine Vollkatastrophe, dass die Leute teilweise weder hierher kommen, noch wie das Ganze irgendwie organisiert ist, ist eigentlich ein Trauerspiel dafür, dass wir die zweitgrößte Stadt in Deutschland sind. Aber ich fahre auch durchaus gerne Fahrrad und lege da auch eine Strecke zurück, weil ich ja dann aus Niendorf-Schnelsen komme. Und da muss man sagen, da lässt man manchmal schon richtig vernünftige Fahrradwege missen. Das ist natürlich irgendwie nicht schön. Und jetzt mit der Krisenbaustelle auf der A7, mit den ganzen Brücken, man würde halt sehr gerne häufiger aufs Fahrrad auch zurückgreifen. Aber die Fahrradwege finde ich in Hamburg nach wie vor unglücklich gelöst. Und wenn es dann mal Lösungen gibt, wie hier bei dem Tunnel, den wir hier in Ottensinn haben, dann sind das teilweise so halsbrecherische Fahrradwege, dass ich immer Sorge habe, dass da irgendwie jemand wirklich mal ums Leben kommt. Also das finde ich schwierig. Das war nice und scheiß. Und das war ein wunderbarer Hinweis, ein schönes Gespräch auf deinen neuen Film. Ich bin sehr gespannt. Ich werde die mir natürlich angucken, liebe Verena. Und sage Ahoi. 7. November. Ja, danke. Bis dann, Lars. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.